Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Astelia, zur Closed Beta wohl bemerkt. Wir sind hier immer noch... Dungeon Tickets? Okay. Immer noch, ähm, ja, auf der Map unterwegs. Kyo Lancers. Okay, ich schätze mal... Kyo's are causing enough trouble as it is. Mövels Waffenproductions. Wir werden heute mal, glaube ich, die Quests noch mit annehmen. Einfach, weil wir es können, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt in den Dungeon hier rein. Ich glaube, das ist so ein Single Dungeon. Bin ich ja mal gespannt. Ja, also ein Single Dungeon im Sinne von, ne? Ein Dungeon, den wir auch alleine machen. So, mal ab. Und dann... Kein Werkzeug. Hm. Attacke! So. Schnell mal mitnehmen. Den Stuff. Das kann ich nicht abbauen. Schade. Das kann ich anscheinend auch nicht abbauen. Fuck. Schnell mal alles mitnehmen, natürlich. Loot nicht vergessen, ne. Man weiß ja nie, wofür man das braucht. Stolen Goats. Okay. gestohlen ist gut zack und da auch schon das nächste mitnehmen zack und ja so zack na komm zack und den natürlich auch mitnehmen so damit haben wird hier auf jeden fall was hierhin angeht glaube ich wird nichts weiter gebraucht den da den länder brauchen wir und den na komm wird auch an 1 auf die schnauze zack den sport man brauchen wir da und aha das zweite knife und da ist auch noch mal so damit haben wir den autobus area ok jetzt mal muss hier weiter durch so so zack weiter 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 vielleicht kann ich mich nee kann ich nicht ok ich hätte gehofft dass ich mich vielleicht durchsneaken kann aber nein zack dann nehmen wir das alles noch mit na komm na komm zack 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 und zack so gehen wir weiter hier kann ich auch nicht abbauen dafür brauche ich anscheinend ein richtiges werkzeug noch alles klar alles klar ja da ist wieder dieser fisch ist hier nehmen wir jetzt gleich mal mit tränke und keine ahnung na da ist der letzte mächtig und das machen da haben wir schon mal einen richtigen boss wieder so ich glaube damit haben wir den dungeon jetzt erst mal glaube ich fertig die greifen wir einen nicht an jetzt mal die kinden gekippten kinder hier befreien schon mal nicht der erste dungeon ist schon mal sehr nett gewesen klein aber nett ich schätze mal die wo ich schätze mal die haben auch noch dungeons drin wo man mit mehreren leuten rein muss die größer sind also die idee finde ich sehr nett dass man nicht nur diese dungeons hat wo man wirklich mit einer was weiß ich fünfer sechser gruppe rein muss sondern auch so einzeln dings einzelne dungeon die man so einzeln rein kann so muss sowas hat dann wenigstens wieder wird dass man nicht so unbedingt eine gruppe finden muss so jetzt müssen wir hier hinten wieder zu dem first meet piscuit schätze mal erster erster treffpunkt wo wir den stilien da getroffen haben genau da bis kids das das finde ich nett dass sie wirklich sagen hey hier wir machen für die stilienz so eine kleinen vorstellungs die videos mit drin das finde ich nicht das ist für es ist dann ich wollte gerade sagen vielleicht hätte ich kann ich ja jetzt die level 16 machen aber das ist ja für es ist uns und cool so holen wir unsere kleinen geschenke mal ab für die achievements die wir hier gemacht haben so bin ich ja mal gespannt wie das hier weiter geht wie gesagt da noch mal erst mal soll für die lex kann passieren ist ja wait dachte ich mir doch da sehe ich noch so eine truhe kann passieren die lex ich mal mal das spiel ist im dings gerade hier in close beta das heißt man kann da noch dran arbeiten und wird bestimmt noch dran gearbeitet sagen wir es mal so es hat potenzial muss ich sagen es ist sehr nett und hat potenzial das spiel aber ich glaube ich bleibe da lieber bei guild wars 2 tatsächlich aber das ist so da auch diese kleine dings und ich schätze mal gerade jetzt wird es glaube ich auch noch später dann eventuell noch die klassen klassen sage ich schon die sprachen aktualisiert und so hoffe ich zumindest für die spieler die dann später das auch spielen möchten weil ähm sie nehmen bei auch nett aus dafür dass die grafik natürlich niedrig ist ich schätze mal wenn ich die hoch gestellt habe sieht die rüstung auch besser aus so 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 we can't communicate with him what do we do we can do we can't expect anything from the night by the way the man who was fighting mera was definitely talking about the kidnapping ich bin ich ja mal gespannt stopp wo wir das machen quatsch ich einmal mit ihr und verkauf einmal schnell die unnötigen sachen die ich hier habe ne den resten behalte ich mal genau nicht dass ich da durcheinander komme so so wollen wir mal handel mal folgen ja also das spiel an sich wie gesagt das hat potenzial allerdings muss man auch die art von spielen mögen natürlich ne jo jo hier ist dann noch mal eine quest so du hast auch noch eine quest für mich okay hey das ist im grunde wieder so ein mmorpg wo man wirklich eine ich sag mal eine ein bereich nach dem anderen erkundet ein bisschen aber hauptsächlich eher so quest annehmen quest erledigen quest annehmen quest erledigen was natürlich nicht so ganz alles nicht so ganz jeden mmorpg ausmacht ne aber aber ich kann mich auch irren ne ich mein mal ich spiel das jetzt grad mal jetzt zur dritten folge es kann auch sein dass sich das spiel noch äh positiv entwickelt also positiv ja sagen wir es mal so es ist nicht schlecht sagen wir es mal so aber es hat halt äh vom grund grundsteuerung und so her und vom grundfeeling her im grunde das was viele ähm dinge auch haben was ich schön finde ist tatsächlich die äh die sache mit denen hier mit diesen stelle ja dass man die zusätzlich noch holen kann und so hat was ich will es ja nicht schlecht reden es ist cool an sie so wie es ist und für die leute die hauptsächlich solche spiele mögen ist das natürlich super sage ich jetzt mal ja ich habe es nur persönlich ähm schon sehr oft gesehen die äh dass viele mmo rpgs halt auf diese das grundgerüst aufgebaut sind wir können die dämonen frei laufen lassen wir können sie alle dämonen 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 zack und zack füllen wir alle drei gerade mal raus hier zack und schon mal mitnehmen so und machen wir mal schon wieder sonnen die man lady nette die man lady witch volt war so erstmal bluten kann ich da was machen leider noch nicht vielleicht gleich jetzt alles klar so jedem inventory das habe ich doppelt witzigerweise so dann reiten wir mal zurück das haben wir sonst noch hier da steht noch von in so aber da steht auch noch mal so eine truhe ich meine wenn schon denn schon nehmen wir so mit wenn wir schon so eine truhe finden ok die die dings können also auch die asthels können also auch mit aufleveln das finde ich ja mega geil das gefällt mir tatsächlich dass die asthels selbst auch noch mit aufleveln können find ich schön also kann man die gleich direkt mit aufleveln das finde ich cool so gleich mal bessere schwert ausrüsten hier so dass das hat was war nochmal da oben ist noch irgendeine quest warte mal geht nach dann muss ich nach da diese portale schätze ich mal links ein bisschen die gebiete ab also richtig open world ist es dann nicht richtig open world ist dann nicht das ding ok hi alles gut so zack 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 akzeptieren zack 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 nehmen wir gleich so mit einfach weil ich es gerade sehen so hier drüben müssen wir hin wie lange weg 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 oh ja so aqua bubble also den krieger muss ich ganz ehrlich sagen so wie er mir gerade kommt ist tatsächlich die tank klasse in diesem spiel finde ich sehr nett wo sie eigentlich so klein wie sie es übersieht man gerne mal na der water bubble tatsächlich trifft er das ist gut kisten so das haben wir den nächsten kultisten so damit haben wir das den fanatic machen wir allerdings hier noch so hier hinten scheint noch irgendein kristall zu sein ich muss bestimmt die hexen erst mal hier platt machen bevor ich an den kristall rankomme dachte ich mir doch so habe ich auf jeden fall schon mal ein ding irgendwie bekommen da oben wäre der nächste hier ist noch zum looten lass mal lass mich doch mal looten in ruhe nein vorsicht so so nächste lag und dritte ist dann da drüben irgendwo ach so ja ich kann es zurück schon haben wir die quest auch fertig okay dann wollen wir mal geben wir die noch ab und dann schauen wir mal so komplett ich kann hier gleich schon wieder welche annehmen ist schon mal nett komplett sagt 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 komplett und ich glaube ok router ist 8 wir auch nebenbei sagt sagt okay ich würde sagen wir nehmen hier einmal die flasche mit einfach mitnehmen ich würde sagen hier beende ich erstmal diese folge ich hoffe es hat euch gefallen ich weiß nicht ob ich noch eine folge machen werde werdet ihr ja dann wenn dann sehen ich hoffe ihr hattet einen schönen kleinen ersten eindruck in den ersten drei folgen jetzt über das spiel ich weiß nicht genau wann das haus kommt release stand irgendwie drin sommer 2019 wir haben ja schon so gut wie sommer oder haben sommer schon deswegen mal schauen wann es rauskommen wird das hier ist ja noch die close beta ja und dann mal schauen ne dementsprechend würde ich sagen tschüss tschau euer levos bis dann bis dann Untertitelung des ZDF, 2020